Yo, ich bin Lenny und herzlich willkommen zum zweiten Part des großen Studio Upgrades. Letzte Woche sind wir ja dastehen geblieben, dass wir als erstes den Raum ausgeräumt haben. Dann haben wir den Schaumstoff und den Akustikabsorber von der Decke gerissen. Und zum Schluss haben wir angefangen zu streichen. Und so ist jetzt der aktuelle Stand. Genau, das ist der aktuelle Stand der Dinge gewesen. Dass wir die Wände gestrichen haben in diesem Grauton. Was ja letztendlich diesen Betonlook auch hervorgehoben hat. Was sehr, sehr, sehr nice ist. Und was ich hier quasi off-camera schon mal gemacht habe, ist an der Wand, wo diese Löcher waren, habe ich diesen Noppenschaum schon mal wieder drangehangen. Und hier oben, was ich auch letztes Mal meinte, in dieser Dreiecksform auch nochmal Noppenschaum, damit das einen coolen Kontrast zu dem Grau hat. Und heute geht es darum, den neuen Fußboden zu verlegen. Und das ist was, worauf ich mich mit Abstand am meisten freue, weil dieser Fußboden sieht so verdammt gut aus. Schritt 1 ist jetzt quasi erstmal hier diese Unterlage, wovon ich ein paar habe, einmal hier im ganzen Raum zu verteilen. Das Ganze hat einfach die Aufgabe, den Schall in dem Raum hier ein bisschen zu minimieren. Deswegen würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr lange drum rum und fangen einfach direkt an. Let's go! Also, ich glaube, hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020